hallo meine freunde hier wieder ein neuer teil von last day on earth ich hatte euch ja im letzten video versprochen die gelben coupons einzulösen und das werden wir jetzt mal machen damit ihr auch mal sehen könnt was es bei den gelben gibt also ich hoffe ja auf gute fahrzeugteile für den shopper weil irgendwann möchte ich den nach fertig stellen damit ich auch schneller von a nach b komme jetzt werde ich erstmal was trinken der games und ist recht laut wenn ich mal ein bisschen leiser machen so dann schauen wir mal gesehen irgendwo hatte ich noch die hatte ich schon zusammengeräumt ach so dass ich wollte ich eigentlich in meine base bringen ja gut super habe ich nicht gemacht bisher ach ja ich war gestern noch auf screen in der base vom ganz rechten npc und habe mir da noch klein wenig zeug geholt so jetzt wenn wir mal gucken was man noch unterbringen können hier die lampe da habe ich noch gesehen irgendwo waren noch zwei lampen ja das ist das doch haben wir doch hier ein bisschen platz geschaffen ach die den baseballschläger brauchen wir auch nicht das futtern war weg wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen platz schaffen das löschen war wie sieht es hier aus irgendwo kann ich doch bestimmt noch das legen wir mal hier ab die flasche löschen war ich muss doch irgendwo noch verbandszeug haben ach da ist es doch so richtig so oder nehmen wir mal die coupons mit packen da ist noch hin auch noch ein bisschen platz machen wir die waffenteile naja notfalls futtern wir halt das fleisch noch auf und schmeißen die steine weg davon haben wir eh genug so habe ich jetzt die coupons eingesteckt ich hoffe ja aber sonst muss ich sie noch mal holen ja das wird eine kurze folge ich werde euch nur schnell zeigen was gibt es bei den gelben coupons und ja da bringe ich mir das zeug nach hause das ist ja relativ langweilig die hin und her sortiere rei aber wir werden jetzt mal schauen so dann hätten wir in einem rutsch alle coupons eingelöst die grün die roten und die gelben und spannung schauen wir mal rein naja geht so zwei glock die taktische rüstung naja und ein bisschen aludraht hätte besser sein können aber hätte auch schlechter sein können das haben wir hier noch irgendetwas wichtiges das verbandszeug ja der alkohol können wir zwar selbst herstellen aber hier noch was wichtiges haben ja die zehn nägel sind auch besser als das was ich habe so wie ich schon sagte ein kurzes video ich werde jetzt einfach noch mal ein bisschen offscreen sortieren und das zeug zurückbringen das war es dann schon also ihr habt gesehen die gelbe ist natürlich auch immer dem zufall geschuldet es kann sein dass da auch was gutes drin ist taktische rüstung zwei glock ist okay ich hätte jetzt etwas mehr erwartet aber wenn es nicht ist dann vielleicht beim nächsten mal okay das war's dann ich sag tschüssi bis zum nächsten video so 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 Untertitelung des ZDF, 2020